Herzlich willkommen zur Monatsbotschaft Mai. Ja, der Mai hat eine wunderschöne weiche Energie und widmet sich der mütterlichen Energie. Ihr wisst, Salvador beschreibt einen Monat als einen Raum, einen Raum, der sich öffnet und spezielle Energien im perfekten Timing des Lebens einströmen, gesendet aus dem Mal-Eins-Sein von den geistigen Wesen und den Lichtwesen, sodass uns diese Energie in dem Raum Mai jetzt zur Verfügung steht. Ja, richten wir unser System aus und öffnen unsere Tore und Bahnen für diese Energie, strömen wir sozusagen in Resonanz mit dieser Kraft und lösen dadurch Verkrustungen, Blockaden in uns, die bisher diese Energien nicht haben einströmen lassen. So dienen wir uns selbst, wenn wir uns fokussieren in die entsprechende Monatsraumenergie. Ja, nun lese ich euch erst mal vor, welche Energie uns im Mai speziell zur Verfügung steht, wo wir unseren Fokus setzen dürfen und wo wir uns selbst dienen, um hier eine Integration zu bewirken. Die Weichheit ist die Qualität des Raumes Mai. Weichheit ist eine fließende, durchdringende Kraft. Haltet inne und erspürt in euch die Bereiche, die in Weichheit in sich ruhen und die Bereiche, die in ihrer Verhärtung Schutz suchen. Sprecht eine Einladung in euch aus, eine Einladung in Weichheit zu fließen. Erkennt euer Bedürfnis, das erfüllt sein möchte, um eure Verhärtungen in Schmelzen zu begleiten. Was braucht ihr innerlich, um eure Schutzdämme zu öffnen? Weichheit ist dem Ausdruck der Weiblichkeit zugeordnet. Die Weiblichkeit gebärt das Neue, das Frische, das Reine. So ist es von Bedeutung, euch ebenso der Energie der Mütterlichkeit zuzuwenden. Schaut, die Mutterenergie ist nährend, sie ist haltend und liebevoll. Sie schenkt euch das Vertrauen, in Weichheit sein zu dürfen. Die weibliche Energie öffnet euch in Hingabe und schenkt euch die Basis, auf der ihr Platz nehmen könnt, um tiefer und tiefer durch die Räume zu tauchen. Alle Menschwesen in den irdischen Inkarnationen haben Ego-Erfahrungen bezogen auf die Mutterenergie. Findet Frieden mit eurer irdischen Mutter. Auch sie hat Wunden in ihrer Mutterenergie, die von ihr geheilt werden möchten. Erschafft in euch ein vollkommenes Lichtbild eurer inneren heiligen Mutter. Lasst euch dieses Bild in eurem inneren Raum von eurer Seele schenken. Heilt und öffnet euch so in die Hingabe. Erwacht in die Räume des Alleinseins. Setzt die Initialzündung in eure Vollkommenheit hinein. Fließt in Weichheit und erfahrt eure Wahrhaftigkeit im Strom des Lebens. Hier sind wir eins. Ja, das ist eine ganz, ganz wundervolle Botschaft, wie ich finde. Und ja, öffnet uns wirklich auch noch mal in diese Thematik mit unserer irdischen Mutter und lässt uns erkennen, dass auch sie Ego-Räume hat, bezogen auf die mütterliche Energie, auf die weibliche Energie. Denn alle Menschwesen tragen Ego-Räume in sich. Also auch Schmerzräume, Abtrennungsräume, die noch im Schutz liegen, in der Verhärtung liegen und dadurch Mangel erzeugen. Also so ist es in dieser Linie unserer Ahnen auch noch gegeben, dass hier Mangelräume bezogen auf Mutterenergie, bezogen auf Weiblichkeit, auf Weichheit existieren, sodass wir einen Frieden damit finden. Denn ja, wir sind nicht vollkommen als Illusion. Natürlich sind wir vollkommen, aber die Illusion herrscht noch vor im Massenbewusstsein, dass diese Mangelräume existieren, noch eine Realität bilden. Und als Kind haben wir unsere Eltern als die einzige Realität gesetzt, haben hier auch unsere Energien gezogen und haben alle Mangel-Erfahrungen erfahren in der Kindheit, sind hier noch hier und da in Deals, in Schmerzräumen verhaftet, in Mangelgefühlen verhaftet. Und ich finde die, ja, die Aufforderung von Salvador oder die Einladung, dass wir hier erstens das erkennen, dass auch unsere Eltern in den Egoräumen im abgetrennten Bewusstsein vorherrschen, ihr Sein noch verankert haben. Und ja, dass wir einen Frieden dadurch finden, gleichzeitig uns erlauben, ein inneres Bild entstehen zu lassen, ein inneres Energiebild entstehen zu lassen von unserer inneren Heiligen Mutter. Das bedeutet, wir laden ein, dass diese Energien aus der geistigen Welt in unser inneres Universum strömen dürfen. Ein Energiefeld, das die Information in sich trägt, der liebenden, ernährenden, haltenden Mütterlichkeit, Weiblichkeit, sodass wir unsere Tore und Bahnen öffnen für diese Energien, sodass wir es wirklich erfahren, diese, ja, uns mit diesen Energien ernähren. Ernähren bedeutet, wir erlauben, dass diese Energien durch unsere Tore und Bahnen strömen dürfen und sich dieses Energiefeld um uns legt, eine Realität, einen Raum erschafft und wir dadurch, ja, und darin Platz genommen haben. Ja, wir haben Platz genommen in dieser Weiblichkeit, in der Mütterlichkeit und dadurch fließt diese Weichheit durch uns und wir können unser Leben dadurch bereichern. Wir können diese Energien für uns nutzen, um empfänglich zu werden, um in die Hingabe zu fließen. Und ja, Empfänglichkeit bedeutet, die Fülle des Lebens annehmen zu dürfen, sich dieses zu erlauben, sich dafür zu öffnen, für all die Geschenke, die auf uns warten. Ja, bleiben wir in einer alten Mangelrealität haften. Erlauben wir uns selber gar nicht, diese ganzen Geschenke anzunehmen. Wir erlauben uns nicht, uns nähren zu lassen. Wir erlauben nicht, uns halten zu lassen. So ist diese, ja, diese Öffnung für unsere innere, heilige Mutterenergie so, so wertvoll, heilsam, öffnend und integrierend, sodass wir wir, ja, diesen Mangelgedanken beenden dürfen und wirklich jetzt ins Empfangen gehen. Das ist die Energie des Monats, des Raumes Mai. Und ja, ich wünsche dir von Herzen, dass du in dir diesen Shift vollziehen kannst. Und wenn es ein paar Schritte sind und du spürst, welche inneren Verhärtungen fließen dürfen, wenn du spürst, dass in dir sich Tore und Bahnen öffnen, sodass du die Fülle in dir empfinden kannst, sie einladen kannst und eine Initialzündung setzt und schaust, was im Fluss deines Lebens hier dir gegeben wird. Ja, alles, alles Liebe, einen wundervollen Raum Mai und bestimmt bis ganz bald. Macht's gut. Ja, alles, alles. Ja, alles. Vielen Dank.